Alles, was in der Küche gut schmecken soll und gut durch sein soll oder auf den Punkt, das muss man entweder über Jahre erspüren, eine passende Pfanne haben oder das, was ich Ihnen jetzt anbiete. Und das alles für lau, für umsüns, wie wir Rheinländer sagen, kostenlos, gratis. Und das ist, egal ob beim Braten, Grillen, Backen oder Kochen, mit diesem super praktischen digitalen Haushaltsthermometer jederzeit möglich. Messen Sie immer zuverlässig, damit Sie sehen, dass sowas nicht passieren kann und präzise die Temperatur von Speisen und Getränken, dann sieht es nämlich so aus. Stellen Sie sich jetzt ganz einfach fest, ob Ihr saftiges Steak auf dem Grill oder der leckere Braten im Backofen die optimale Kerntemperatur erreicht hat. Das ist nämlich ganz wichtig, damit nachher alles perfekt schmeckt. Ebenso überprüfen Sie blitzschnell, ob die Babynahrung noch zu heiß ist oder der Wein die richtige Temperatur zum Servieren hat. Ganz wichtig, Wein schmeckt nur dann, wenn er perfekt temperiert ist. Ist aber auch ideal für Teeliebhaber, denn die richtige Wassertemperatur entscheidet natürlich wesentlich über das Aroma des beliebten Heißgetränks. Genial! Ihr neuer Küchenhelfer kann auch Minusgrade ganz genau messen. Und so überprüfen Sie zum Beispiel bei der Herstellung von Speiseeis auf Knopfdruck die perfekte Temperatur. Kinderleichte Anwendung, einfach den langen Messfühler in die Speise einstechen oder in die Flüssigkeit eintauchen. Schon lesen Sie in Sekundenschnelle den exakten Temperaturwert aufs Grad genau und ganz bequem auf dem großen dreistelligen LCD-Display ab. Dank des riesigen Messbereichs von minus 40 bis 300 Grad sind Sie dabei für alle Einsatzzwecke, aber auch wirklich für alle Einsatzzwecke in der Küche bestens gerüstet. Batterieschonend ist er auch. Wenn Sie das Thermometer länger als fünf Minuten nicht verwenden, schaltet es sich automatisch ab. Das kriegen Sie alles völlig kostenlos von uns als kleines Geschenk, als Aufmerksamkeit für unsere besten, unsere liebsten und unsere treuesten Kunden. Und das können Sie sich alles unter der GRA 16 004 und der 569 bei uns dazu bestellen. Ganz pfiffig, wenn Sie schon was anderes im Warenkorb haben, sparen Sie sich natürlich dann auch nochmal Porto und dann packen Sie das einfach mit dazu. Wie gesagt, ein kleines Thermometer mit großer Wirkung. Ab jetzt alles das, was Sie kochen, backen, braten oder eben auch an Kaltspeisen machen, wissen Sie mal ganz genau, wie viel Temperatur Sie denn gerade haben. Und ich kann es Ihnen sagen, die Kerntemperatur von Fleisch ist ganz entscheidend, damit es nachher wirklich perfekt gelingt. Und bei einem Braten so übers Gefühl zu wissen, wie denn vielleicht der Braten gelungen ist, alles das brauchen Sie nicht mehr. Thermometer einstecken, nachmessen, 70, 75 Grad Kerntemperatur beim Fleisch sind perfekt. Und jetzt holen Sie sich das für lau nach Hause.